herzlichen kommend zum netz fettet die kiosk die achten würde ich mal sagen beginnen wir mal auf einer meiner Lieblingsmaps und zwar ich glaube Küstengefecht Beste einer der besten maps zum snipen und ja am besten ist eigentlich hier denn hier hat man den besten umblick auf die ganze map aber wie es aussieht treffe ich nichts auch nice das war wirklich nur wo hier gerade die gegner sind er leute ist wirklich so in der aufnahme trifft man gar nichts es kommt jetzt kommt noch ein paar ersten Köln kurzen ja ich spielte M95 die beste Sniper meiner Meinung und dann würde ich mal sagen machen wir ein Flugzeug mal fertig ja man Junge ja kommt schon man klug nicht geiler Name vielleicht schaffen wir es ja hoch zu kommen aber da oben ist einer aus meinem Team also ist er keine Bombe ich bin schön ich mag das Spiel lieber als play for free in diesem Spiel kann man das ja Junge Mann was wird das ein bisschen hacken ach so ist ein ernst alle hässige klo knecht denkt auch deshalb aber ohne aufnahme bin ich wirklich besser das verstehe ich auch nicht kommt schon ja und das ist viel zu gut man wenn das jetzt nur vier minuten geht dann wäre die Runde mal so aus dem Scheiß boah du ein er zeigt dich doch du wirst doch eh sterben nein ich will nicht mitfahren ich will den Typen noch runter bekommen ja da habe ich ihn da habe ich ihn nur ich sehe ich auch nur gut ist mein Kopfkurschen ich treffe die ganze Zeit nur das Auto nicht gerade geil so im nächsten Video von Weltvideos wäre ich höchstwahrscheinlich Soldaten denn für den Soldaten habe ich eine Armbrust und die ist recht nahe aber darauf bin ich leider auch schon Level 6 und Junge Mann kriegt hier richtig viele Punkte 2 Kiel und die ganze Zeit 100 Punkte von den von den Raketen die richtig geil wie viele Punkte wir gerade bekommen und ich freue mich schon wenn ich Level 7 bin denn auf meinem alten Account habe ich mit diesem Account gemacht und wenn ich hier Level 7 bin kriegt XP-Boost also lohnt sich und nach dem Geilback dann kann man gut gucken da kommt jetzt ein Gegner kommt ja keiner nicht auch ziemlich geil es in jedem Tor zum Beispiel Siegertorf oder anderen Maps oh oh der war unbespann ok hier lebt keiner mehr ich komme hier auch ein bisschen begegnet mich na kommt ja einer ist ja einer loben ist bei Köln ok weil sie kein Ruck sein kann ich gerade echt nicht verstehen oh Ruck ist ein bisschen na der wird gleich sterben der wird gleich sterben der ist sowas im Tod er lacht schneller nach dann bekomme ich einen Quill na fahre oh ist hier irgendwo einer 2.200 Punkte gar nicht mal so schlecht ey so ein Move alter also echt 2 gegen 1 einer der der andere Seite der Tragfläche war und dann noch der am Flugzeug weil er jetzt zu dumm zum snipen ist muss er zum Flugzeug gehen zu wenn er nur da jetzt drauf ist dann kriegt er auch so eine Fresse aber er ist ja nicht ich denke mal schön zur Base und dann auch Schmerzen ja nur rausgesprungen ne kannst nichts anderes nur Schaben du kommst einfach mal rausspringen meiner so und fliegen bin ich laskel eigentlich mal gar nicht so scheiße gute Punkte gemacht und dann würde ich sagen wenn jetzt noch eine nächste Runde kommt dann werde ich die jeden Fall auch sofort also in der Aufnahme mit reinbeziehen und hoffentlich kommt eine gute Runde oder die gleiche Map das wäre auch gut ja gleich mal 75 vp bekommen gute Erfahrungspunkte muss man sagen meine KD ist auch nicht scheiße ja gute Punkte dritter Platz kann ich mit leben und ja 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 nochmal die gleiche finde ich sehr gut meins meins ja man er muss einsteigen ne ja gut erzeugt er da hinter uns rum weil er nicht nicht fliegen kann aber kann er halt nur drei Flugzeuge rein ja 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 naja ja ja zuerst a ja der junge aber naja kann nichts gegen machen und gegen solche kinder 346 punkte also ohne wirklich was mit anstrengung zu machen einfach mal zu basing kriegt man sehr schnell und ich sehr früh an der runde schnell punkte 446 also lohnt sich kinder lohnt sich doch woanders man unsichtbar und was ist das für ein kind ecken kann zu haben dass man bestimmt die sphk sphk und der 20 der rechte da komme ich jetzt hier naja gehst du drauf kommt schon jetzt manchmal die noob tour genauso so macht man das wir euch das irgendein typi ich doch nicht dass dass er den kill bekommt so ich glaube dann welches mal kurz im tank nur er sieht gut aus 10 mit dem man könnte man fahren dann wäre es halt besser dafür bin ich halt zu schlecht oh 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 nice er ist im ersten schlag in der ganzen zeit hat wurden noch keiner gekillt okay schlechtes team schätze gegner oder der auf dem turm da wahrscheinlich herum hopp der denkt ja auch der erste babbo ich weiß nicht ob da jemand oben ist also als ob junge als ob eine landmine kein bock jetzt da hoch zu gehen bringe mich nie warum also erster selbstmord im ganzen spiel habe ich sonst auch die marken noch nie gemacht erster wortel der gleiche will sieben ich habe nicht nur mit der hälfte angefangen also bei level 6 mit der hälfte angefangen und die gleiche und der will wo bist du da wo bist du es glaubt doch selber nicht jungen ist das dann eher so ein takken als welche auf jeden fall schon mal zwei leute sind aber wenn man zu so einem turm nicht hinguckt dann sind dann die welche und dann wenn man einmal an die sie kommt dem und der messer bei der richtung an Ja, spring runter, du. Shut up. Junge, Mann. Hack doch woanders. Junge. Ja, Junge, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, brauchst du nicht so eine hessige Emote zu machen, da wo du so aussiehst, wie ein durchgenommener kleiner Junge. Brauchst du echt nicht zu machen? Lohnt sich nicht. Na, Kindchen, wo bist du denn? Ja, dummes Kind. Oh. Oh. Hat wohl nix gebracht. Oh. Bezwein gerade. Admin Scherzino, so ein Drecksname. Meiner ist geil. Wer was gegen meinen Namen sagt, den finde ich und, ne? Ihr wisst schon. Spaß. Alter, die Runde dauert echt lange. Aber finde ich echt gut, dass ihr so lange dauert. Denn, das ist immer besser, wenn das lange dauert. Jetzt hat mich jemand... Oh, leg doch auf, man. Merkst du auch selber, was man kann. Dann geht. Ja, Headshot. Von wo wäre das schön. Soll ich jetzt auch nochmal sehr gerne wissen. Ah, ne, von uns. Ähm, Kindchen. Und Level 7, Leute. So muss das sein. Dann hat er in einer Folge Level 7 gewonnen. Ey, Junge, jetzt steigt er schon wieder aus. Ja, und ein Sniper in ein Tank. Boah, dein Ernst? Ey, Junge, ist das ein erstes MK1 Batboy oder was? Rufi-Schaden mit einem Schuss. Na ja, den Lastkill gemacht. Zeit ist abgelaufen. Und dann gucke ich mir immer gleich noch meine KD und meine Punkte an. Und dann... Mal gucken. Würde es mal schneller laden. Hallo? Da. Nice Runde war das. Das ist nicht komplett überflüssig, das ist so anzeigungs- und so ist dort extrem lange. Gute Punkte, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.